Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 27. September 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 469 und ich habe die folgenden fünf Themen für euch bereit. Xbox Game Pass, Best of Swiss Apps, Bauverzögerung, Apple One und Test Flight. Es ist soweit. Neue Spiele kommen raus und somit landen die auch direkt in dem Xbox Game Pass. Microsoft hat ja versprochen, dass auch die neuesten und heissen Titel direkt im Game Pass drin landen und somit wird ab Anfang Oktober, nämlich genau gesagt am 2. Oktober, unter anderem auch Forza Horizon in der vierten Version gleich da drin laden. Das macht natürlich den Game Pass deutlich interessanter und man sollte sich das mal anschauen, wenn man eh nur ein Gelegenheitsgamer ist oder auch ein bisschen mehr und einfach mal die neuesten Spiele mitspielen möchte. Auch mit dabei ist Wolfenstein zum Beispiel, Metro 2033 Redux etc. Mehr dazu daily.geektalk.ch. Da haben wir einen Link für euch mit drin. Die Best of Swiss Apps findet am 7. November 2018 statt und hat jetzt endlich einen Jury-Chairman bekommen und der ist niemals geringer als der Christoph Zock. Wer ihn nicht kennt, schaut mal in den Beitrag rein. Da gibt es ein paar interessante Antworten zu seinem Verhalten, was er so auf seinem Smartphone drauf hat, was er genau als Chairman zu tun hat dabei und auch noch ein paar andere Fragen sind schön im Interview untergebracht. Lesenswert auf jeden Fall. Wir gehen weiter mit einem kleinen Bauverzögerungsbericht. Zumindest wenn es nach einem englischen The Times geht. Da soll es nämlich soweit sein, dass Apple nicht einziehen kann per 2021, respektive die Übergabe im Jahre 2020 nicht stattfinden kann. Um was es genau geht? Es geht um das Battersea-Kraftwerk, denn Apple hat über die ganze Stadt London verteilt diverse Büros und die möchten sie gerne zusammenlegen. Es sind insgesamt 1400 Angestellte und da möchte man das Ganze eben in diesem Battersea-Kraftwerk tun. Ein Kultobjekt oder ein kultiges Gebäude, was schon im Beatles-Film Help zu sehen war, unter anderem auch schon für ein Cover vom Pink Floyd-Album Animals herhalten durfte und somit eben aktuell stark ausgebaut wird. Wenn man dem gegenteiligen Bericht glauben mag, nämlich derjenige, der das Ganze umbaut und der Bauherr, er meint, dass sie rechtzeitig fertig sind. Und da zeigt sich wieder mal, sobald Apple in dem Titel drin steht, kann man vieles als neue Neuigkeiten verkaufen oder auch nicht. Wir dürfen gespannt sein, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Was nicht mehr ist, ist die Zeit dahin, bis zum Apple One Computer, der neu verkauft wurde. Wir haben schon im Sommer davon berichtet, dass Apple eben, oder das, eben nicht Apple, dass bei einer Auktion ein solch seltenes Stück wieder in Verkauf kommt und es wurde gemunkelt, dass es in die Hunderttausenden geht und genau dahin ging es jetzt auch. Auch 375.000 Dollar wurde für das schöne Stück geboten. Ja, ich glaube, da wird jedem Geek und Freund von alten Computern ein bisschen das Herz aufgehen. Da hätte man auch gerne so ein bisschen Geld auf der Seite für solche Spielereien. Ich bleibe noch beim Thema Apple. Die haben jetzt endlich was nachgeliefert, was sie an der WWDC vorgestellt haben, nämlich eine Erweiterung der TestFlight-App. TestFlight ist eine App, die für Entwickler ist, oder besser gesagt, Apple hat sie übernommen, die Plattform. Entwickler können damit schon in einer Beta-Phase, also nur wenn die App noch nicht öffentlich ist, interessierten Testern oder Personen die App freigeben, damit die das Ganze Beta testen können. Ähnlich wie ich es aktuell zum Beispiel für die AVM-FRITZ-App mache, in der zweiten Version und auch noch viele andere können. Denn zum einen wurde die Limite erhöht von damals 100 Testern, ging es bis auf 10.000 Testern hoch. Bis anhin war das Ganze relativ umständlich, vor allem bei 10.000 Testern. Man musste immer zuerst den Testern nach der Mail-Adresse fragen und dann ein individuelles Mail verschicken mit der Möglichkeit des Tests. Das wird in Zukunft anders sein, denn über die App TestFlight wird es möglich sein, einen öffentlichen Link zu vergeben. Wo dann halt einfach die ersten 10.000 Leute mit so einer Beta-Software ausgestattet werden. Auf jeden Fall nicht der falsche Weg. Ich freue mich schon auf viele weitere Apps, die so weit den Weg in die Beta-Geschichte gehen. Und ja, das waren es, die News, die ich heute für euch bereit habe. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Ich freue mich, euch morgen wieder dabei zu haben. Und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.